Meine kleinen Sumoringer, habt ihr nicht Hunger vor eurem ersten großen Auftritt? Ja, auf jeden Fall. Hier habt ihr noch ein bisschen Essen und eure Stäbchen dazu. Mhh, schmeckt das lecker. Ich esse alles auf. Ich hab keinen Hunger mehr. Willst du mein Essen haben? Ja, gerne. So, meine kleinen Sumoringer, jetzt fahre ich euch in die Sumohalle. So, jetzt sind wir da. Ich drücke euch ganz fest die Daumen und viel Spaß. Ich habe dich fertig gemacht, weil ich mein Essen aufgegessen habe und du nicht. Mami, ich habe meinen Bruder fertig gemacht, weil ich mein Essen aufgegessen habe und mein Bruder nicht. Ha, ha. So, jetzt zünden wir die Kerze an. Das ist Tradition in Japan.